Ja, aber ich habe jetzt gerade mal wieder eine freakyke serbische Erfahrung gemacht. Ja, wir sind serbisch connected und grüßen alle unsere Vorfahren in Deutschland. Ne Simon, du musst kommen und musst uns fünf Kästen Bier bringen. Ja, schon der Größte geht auch raus und in andere Richtung. Simon goes to Hollywood, motivierender Druck. Also fahr am besten noch heute Abend los, sag ich WC und bis so. Ja, mach den Koffer um voller Bier und fährst du Auto? Ja. Wie filmst du? Wo ist dein Handy? In der Hand? Und fährst Auto dabei? Klar, Alter. Ist das legal in Deutschland? Ja, bei mir schon. Auch, ey, du darfst nicht unterschätzen, wie viel Zeit diese ganze YouTube-Geschichte in Anspruch nimmt, weil die wird ja halbwegs professionell getrieben. Ohne Bier hat er echt ein Problem. Ne, ich habe ohne Bier kein Problem tatsächlich, aber wenn Bier verfügbar ist, dann habe ich ein Problem. Ja. 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 Ja.